Wir sind heute auf dem Dach des neuen Schulgebäudes und installieren hier die Photovoltaikeinlagen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier ein weiteres tolles Projekt machen konnten. Die Selina hat auch mitgeholfen, die ist auch in der Klasse 5a. Das finde ich total super. Und jetzt ist das die Ostseite vom neuen Unterrichtsgebäude mit Photovoltaik und Selina hat auch festgeschraubt, andere auch hier und das ist ein cooles Projekt von der EMH. Es ist sehr schön, hier nochmal auch mal was für die Umwelt zu installieren, aber eine hervorragende Arbeit, die wir hier für die Umwelt getan haben.